Herzlich willkommen zurück zu Let's Play... Was soll ich schon Dead Island sagen? Minecraft together! Ja, wir haben in letzter Zeit auch sehr viel... Boah, jetzt hab ich schon gedacht, ich komm auf den Schall. Ha! Dann hätte ich das ja in der letzten Folge alles umsonst hier gepflanzt. So. Ich hab hier, wie ich schon gesagt habe, hier in der letzten Folge das ganze Feld hier gemacht. Da hinten schon mal ein paar Fackeln gesetzt, da wo ich was bauen will. Hier ist ein Ocelot. Und die Schafe will ich auch noch scheren. Die Scheren will ich auch noch scharfen. Genau, so rum war's. Die Scheren müssen auch noch scharfen. Genau, ich scharf dich jeden Tag. Und wie will ich bitte scharfen? Das will ich mit scharfen schaffen. Ha! 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 Da will ich. Du hast es auch herausgefordert mit deinem komischen... mit deiner komischen Frage hier. So, gehst du mal ins Bett bitte? Nicht unkomisch, ich muss das Bett aufbauen. Äh... Ich hab noch das Weizen da unten. Wo du ich denn das hin? Ach du mal, die ist jetzt hier rein. So, denne. So, zwei hoch. Zu... die Tür. Ein Bett geplant. Und... What the fuck? Los. Liegt ein Creeper im Bett so so... Schnuckiii. Ich hab auf dich gewartet. Anster. Warte. Ich bin drinne. Warte, warte. Ich hab noch grad Weizen geholt. Na komm. Ah. Ah-de-hop. 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 Nein, es bringt mich immer aus dem Flow aus. Nein! Ich bin der Flowrider! Ah. Let me Westle Baby, Westle Baby, let me know. Oja. Oh yeah. Das ist irgendwie ein bisschen perverses Lied. Mein Würstel, Baby. Verstehst du überhaupt, was das singt? Ich kenne jetzt Texten. Whistle. Hätte ich gedacht. Mein Würstel. Spiel auf meinem Würstel, Baby. So, bloß das kann ich noch nicht. Nein. Ist es auch auf Antenne Bayern, wo es immer auf Bayerisch ist. Nee. Nicht? Das ist wieder... Ähm... Takadé. Takadá. Steht du nakadá, bitte nakadá. Steht mal, alle nakadá, bist du nakadá. Bitte was? Alter Bildungslücke. Ja, sag mir halt, von was es ist hier, Junge. Sag hier nicht einfach Bildung. Vom... Vom Herr Nullinger. Herr Nullinger? Ja, der auch Takadá singt. Musst du mal einen Link schicken. Oh, yeah. Hm, hier sind 22 Diamanten und niemand, der mich beobachten kann. Außer jetzt hier. Ich seh dich. Genau, du kannst... Du schaust dann durch... Durch... Durch den Bildschirm. In meinen Bildschirm. Völlig. Wie logisch war denn das jetzt? So, hab ich alles. Nein, ich muss ja... Holz und... Ich weiß nicht, ob ich das gleich aus Glas bauen soll. Ich mach jetzt mal ein bisschen was zu essen. Ein bisschen. Also erstmal... Hier, äh... Ein Stack Brot. Was brauchst du denn? Erstmal was zu essen. Kann man essen, Kraft? Natürlich. Natürlich. Ich mach das. Mach mal jetzt. Kann man sich irgendwie ein Sandwich bauen. So ein Chicken McNugget oder sowas. Oder ein Chicken Burger. So ein Brot. Oben Brot, unten Brot. Und dann in der Mitte ein Chicken. Und dann hat man so einen geilen Burger. Ein Chicken Burger? Ja. Ich hab jetzt irgendwie Hunger. Hm. Gute Frage irgendwie. Vielleicht gibt's das. Vielleicht gibt's das im Not. Wow. Das hab ich wieder vergessen. Oh. Fuck die Wandern. Hab ich genug Schaufeln? Genau, voll. So. Ich nehm mal die Abküh... Lü... 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 Zungen. Wenn sie überhaupt kürzer ist. Was denn? Zu meinem... Der Penis. Projekt. Au. So. Da ist ein Wolf. Hab ich... Ich hab einen Knochen. Vielleicht könnte ich's hinbekommen. Ein Milf. Was? Ich liebe dich. Du bitte. Ein Wolf hab ich gesagt. Bist du völlig doof. Also ich hab Milf verstanden. Na. Fick dich doch. Jetzt hat er mein... Jetzt hat er mein Knochen gefressen und ist immer noch nicht mein Freund. Zieh dich. Ich will keiner mehr sehen. Also ich hätte am Anfang gedacht, das da ist... Ähm... Ne Insel. Dabei ist es ja hiermit verbunden. Da ist immer so ein Ladefehler hier. Sturmlage wieder nach unten. Okay. Brauchen wir eigentlich jemals... Sieht doch gar nicht mehr schlecht aus. Brauchen wir eigentlich jemals... Äh... Oh, fuck, 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 fuck. Was ist denn? Creeper. Geh weg, 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 weg. Genau. Fick dich doch ins Knie. Fick dich. Wie geil das ist, ähm, Atmos. Wenn ich hier am Strand bin, dann checkt ihr das richtig und dann kommen Seemöwen im Hintergrund. Wenn ich am Kacken bin, macht auch Geräusche. Wie hören sich die denn an? Bitte, äh, zeig mir doch mal, wie die sich anhören. Na ja, manche wie so ein Pörn. Eher flüssig oder eher fest? Eher so, boom, und dann... Also wie wenn du das Porzellan sprengst. Genau. Oh ja, ich hoffe, ich atme nicht hier zu arg ins Mikro. Ich hab's nämlich ein bisschen am Mund. So, jetzt nicht mehr. So, wie machen wir das? Ich glaube, ich würde den Vorläufer erstmal aus Holz basteln. Das heißt, ich brauch erstmal das hier. Ganz viel Holz. Oh ja. Sollte reichen. Also, das Grundgerüst baue ich aus Holz. Und dann probieren wir mal, das durch Glas zu ersetzen. So, wo bauen wir es denn am besten? Da, wo es am tiefsten ist. Das ist so, dass da könnte ich jetzt so richtig geil drauf gehen. Sieht schon nicer, ne? Da unten sehe ich gerade, da ist irgendwie kein Wasser. Mal gucken. Schneller, 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 schneller. Zieh dich. Schneller, schneller, schneller. Das schaffe ich nicht mehr. Ach, das ist Clay. Alter, 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 alter. Alter Simulant, du. So. Musst du kurz mal was essen? Es geht schwer unter. So. Ich glaube, ich muss erst mal eine Brücke so hinbauen. Kann mich auf dem Wasser was platzieren? Natürlich nicht. Na, Mr. Chicken? Auf dem Wasser? Ja, auf dem Wasser. Nur mit Schwimmflügel. Was? Mit Schwimmflügel? Sicher. So, dann machen wir das jetzt so. Du musst die Kügeln. Und dann musst du die... ... ähm, Gallenblas wieder ausschneiden. Wow. Fuck. Was ist Schwimmflügel? Na, wo mache ich? Also, die Gallenblas wieder ausschneiden. Dann, ähm, die erstmal ausschütteln. Waschen. Erstmal trocken kriegen. Bitte fahre. Und dann einfach aufblasen. Ganz einfach. Aha. Ist immer gut zu wissen. Hier war ich vorhin. Genau. Ah, das passt ja. So, es hat ungefähr drüber sein. So, Lille. Ist ja nicht gar nicht so weit weg hier. Dann machen wir das jetzt so. Jetzt brauche ich erstmal eine Axt. Nein, Holz. Ach, verzieh dich doch. Das Holz ist am Boden angekommen. Ah, ah, fuck. Oh, oh. Das könnte schlimm werden. Komm, fick dich doch ins Knie. Wie man, wie man Wasser länger braucht, das abzubauen. So. Später vielleicht. Später? Okay. Let's fick dich ins Knie together. Theoretisch brauche ich eigentlich bloß die hier. Kurz mal Luft holen. Und wieder runter. Jetzt brauche ich wieder Holz. So. Oh ja. Luft, 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 Luft. So. So. Und wie kriegen wir jetzt das hier weg? So. Hätte ich gedacht. Mit Liebe, Harry. Ganz viel Liebe. So. Ich glaube, so kriegen wir das weg. Jetzt muss ich einmal unten durch. Jetzt muss ich hier seitlich wieder hoch. Alter. Huss. Das kann lange dauern. Hui. Und runter. So. Weiter geht's. So. Und wo kommen die National Creeper, Ryan? 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 So. Oh, 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 oh. Zwei Blasen. Zwei, zwei, zwei. Und jetzt hier wieder dicht machen. What the fuck? Am besten bis hierhin. Jetzt schnell wieder hoch. Werde ich es schaffen? Ich krieg Schaden. Au. Ein Ozilot. Ein Ozilot. Ja, jetzt krieg ich auch wieder Schaden. Warte, ich warte erstmal, bis ich voll bin. Ein Ozilot. Und rot. Ein Ozilot. Bleibt doch hier, mein Süßer. Aus zu einem kleinen Linder. Oh. Können die Junge haben. Anscheinend. So. Dann haben wir das. Wow. Okay, Wasser soll weg sein. Ja. Ist hier der Boden. Machen wir hier mal gleich Holz rein. Hier können ja Wasser hin. Ist ja wurscht. Meine Blase, sozusagen. Was ist deine Blase trocken? Nein, meine Seifenblase. Alfa, zieh dich. Wer bist du? Und was hast du mit meinem Frank gemacht? Alter, die Oktopusse geben mir auf die Eier. Und es wird dunkel. Wahrscheinlich Chaos ist gleich. Ja, wenn ich hier unten ein Bett finden würde. So, was ist, wenn ich jetzt hier das abbaue? Sollte theoretisch... Ah, cool. Das ist mal hammernice. Jetzt kann ich hier bauen. Ohne zu ersaufen. Ohne zu ersaufen. Na komm. Sogar zwei Auzelote. Wie ist es? Oh. Nee. Toll. Ich mach mal da oben lieber dicht. So. Damit da von oben nix runterfallen kann. Ich denke so. Sieht Holzboden unter Wasser gut aus, oder sollte ich eher was anderes? Weiße Wolle nehmen. Kann ich noch im Nachhinein ändern. Ich hab keine Ahnung. Ich nehm erst mal Holz. Deswegen habe ich auch die ganze weiße Wolle haben wollen. Ich wollte erst mal... Ach, die brauche ich auch für oben. Komm her! Fuck, ey. Fight! Fight on! Was wollen die alle von mir? Liebe. Die wollen nur die... Oh, please. Freck halt. Oh, Jungle Leaves. So. Ich bin Aquaman. Ich kann das Wasser von mir abstoßen. Wow. Ich weiß auch nicht, warum die Farbe jetzt wieder so anders ist. Die ganze Zeit ist keine Mucke an. Wieso sagt mir das keiner? Weil du du bist. Du hast mich gemutet. Was hab ich? Super. Wieso hab ich dich gemutet? Du hast mich gemutet. Nein, ich hab dich nicht gemutet. Warum die Musik nicht da ist? Oder trellerst du ihn? Was? Was? Ja, ich hab doch Unterhaltung vorerst gemacht. Ich lass ein paar Minuten... Ich hab die ganze Zeit gehört, sonst hätte ich ja nicht antworten können. Bist jetzt völlig hohl. Nein. Was? Aber dieses Oktopus... Dieses Oktopus... Richtig entspannt hier unten. Huh, Luft! Au. Kann man unter Wasser... Äh, Fackel planten? Das und mehr. Kann ich hier jetzt eigentlich so Stationen bauen? So... Hier, so drei nach oben, wenn's geht. Und dann wieder zwei unten abholzen. Dann sollte jetzt eigentlich Luft drin sein, oder? Nö. Fake. Aber so geht's. So wie ich's jetzt gemacht hab. Warte mal. Eins. Zwei. Drei. Nein, falsch gesetzt. Luft! Luft, 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 Luft. So. Okay, der Server spackt wieder ab. Was? Warum? Der Server spackt wieder ab. Bei dir vielleicht? Weil es ewig dauert, irgendwas zu blenden. Achso. Das Wasser schiebt mich weg. Das Wasser schiebt mich weg. Das Wasser schiebt mich zur Seite. Das soll doch eigentlich so passen, oder? Ach, wahrscheinlich, weil ich hier... Ah, ich... Ich was der... Ich was der gut. Hier. 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 Einfach hier so einen Klotz bauen. Den muss ich jetzt von unten her... Schöne. Schö. Hm. Fick auf die Henne. Später vielleicht. So, warte. Na, komm. Ich muss sicher ausrechnend den falschen abbauen. Nur nicht runterfahren. Au, fuck. So. Blöde Oktopus. Nein. Schesse, schesse, schesse. Lass mich doch hoch. Lass mich doch hoch. Na, komm, geh halt. Alter, nein. Ist jetzt Luft drin? Ja. Haha. Mwah, mwah, mwah. Das muss ich noch das unter mir wegbekommen, hier. Das geht ganz einfach, indem ich hier, 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 kurz Luft hole. Ja. Jetzt muss ich noch das hier abbauen. Schneller. Ach, so geht's natürlich auch. Ach, ja. Ach, ja. Es kann dauern, bis ich hier was gebaut hab. Ah. Wow, du fucking Penner. Ah, es laggt irgendwie extrem. Dann natürlich... Oh, nein, ist es bloß. Äh, bei mir geht alles einwandfrei. Ich hasse ja auch. Geht das eigentlich? Nee. Und tot. Und tot. Und tot. Und... Nee, nee, dritte nicht. Komm ich da hin? Voll logisch, man kann unter Wasser Pfeile schießen. Na komm, ein bisschen schneller. Au, 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 so. So, was macht man denn jetzt hier? Dich? Ich lebe, Harry. Das auch. Bisschen Clay. Ich seh so recht wenig. Das ist so... Shit. Ist gut, dass ich grad hier mal reingespült. Das heißt, wenn ich mal... Einfach so stehen bleib, dann... Hutz, Luft. Ist aber auch doof, weil ich so weit... Weil ich so weit... So lange mal brauch, um davon wegzukommen. Falsch platziert. Eigentlich ja nicht. Warte mal, ich probier mal was. Aber eigentlich hat er... Es wird wieder Tag, oder? Es wird wieder Tag, oder? Nee. Hm. Witzig, witzig. Alter, lass ich doch mal da hin. Luft. Boah, Alter. So, wie ich sehe, haben wir schon wieder 21 Nuten geknackt. Ah, und dann sag ich mal... Viel Spaß beim weiteren Verlauf. Was ich hier so schönes hinpflastern werde. Bis jetzt sieht es ja nur noch kacke aus. Aber ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Mal ein. Wenn's wieder heißt, Let's play Minecraft together mit dem Klaas und mir, dem Hängerboy. Ciao! Soos!